Ja, YouTube, das ist Part 4. Ja, ich bin auch wieder am Start. Ja, er auch wieder. Leider. Magst du mich etwa nicht? Doch, ich mag dich sehr. Ja. Wo bleiben die Sepplings? Hast du die etwa geschluckt? Die schmecken so lecker. Ah ja, ich hab einen Flachwitz für euch, Leute. Was ist grün und klopft an die Tür? Und? Sagt ihr was? Nee, der Kloppsalat. Natürlich. Ja, ja. Ich hab gestern schon beim Versuch gefangen. Ja. Das ist ein bisschen zu bringen. Boah, so war Gott, ich hab' hier erst ein Stück Fleisch. Was hast du für ein Flachwitz und man erzählt, erzähl dir noch mal, komm. Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot? Ein Frosch im Mixer. Deh, 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 deh. Die sollten wir so sound einfügen. Ja, gerne. Die, 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 die fügig ein. Warte mal, den fügig ein. Während, also, ich bearbeite das Video noch mal, und dann fügig das ein, während du den Witz bringst. Ich mach das Und ich starte jetzt nochmal die Playlist Jo, hau aus Ich hab uns mal ne Tour gebaut Aber bitte hier Gut, da bei dem Soundtrack Ja Wir kommen zu einem weiteren Part von Let's Play Wir steigen jetzt in die Höhlen hinab Also ich alleine Er kommt ja nicht mit, er traut sich nicht Er hat Angst Und ja Dann werden wir mal jetzt unten Kommst du? Warte, ich muss mir jetzt so ein Schwert basteln Und eigentlich hab ich Angst Hatten wir schon erwähnt? Was? Dass ich Angst habe, hatten wir schon erwähnt? Ja, oh, 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 hast du ne Kiste? Ja gut, ich tu mal das Eisenerz da rein Ja, ich tu mal das Holz Falls wir frecken Unser Home ist ja jetzt hier Ich tu mal alles rein, was wir nicht brauchen da unten Naja, das Fleisch brauchen wir vielleicht Ja Und den Apfel hole ich mir Ey Hier ist ein Apfel Apfel Der ist lecker und gesund Ein Apfel am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen Den füge ich ein, Mann Schwöre, ich schwöre Den füge ich ein, ja Ich mach mir zwei Schwerter noch Zwei Schwerter und dann noch paar Spitzhacken Schapitzhacken Wie Gronkh immer sagt Ja, guck mal in die Kiste Nimm dir mal zwei Pilzsuppen raus Hast du Pilzsuppen gemacht? Ja Ah, da sind Schalen Da hinten sind Pilze Mastig Pilzsuppe, zwei Stück Ja Cobblestone rein, Sticks rein, Schale rein Ja, dann gehen wir mal runter, hinab in den Schlund Shz Na, können wir ja bringen Ich komme mit deinem Ah, hast du Fackeln? Nö Hol die mal schnell Ja, dann wird diese Folge eine Höhlenfolge, meine Freunde Oh ja Oh ja, eine Höhlenfolge, wow Seht wie wir Gottleich verwecken Ja USW und so schnickschnackt dies das also wenn wir sterben ist es USK 18 okay weil das dürfen die kleinen Kinder ja nicht mitbekommen so warte ich jetzt die Hälfte der Fackel oh ein Zeppling 32 Uhr gut wie viel Filzfugel so geht es eigentlich auf Pilzfugel vor allem g ich glaube anderthalb so immer die ganze Zeit soll er immer runter oder so ein Zeppling den holen ich nur oder so ein Zeppling den holen ich immer oder so ein Zeppling Prozent Prozent oder so Zeppling und schon Ende der Höhle vor der Pro der Aktion warum höre ich überhaupt nichts von den Geräuschen bei Köln ja es wird schon wieder dunkel ey es gibt es doch nicht ich tue mal hier ein bisschen verschönern die Symmetrie beherrscht Minecraft ja würde ich auch mal sagen ich würde doch sagen jetzt wird es schon wieder dunkel ich würde mal sagen wir gehen ins Bett ja ach ja und ich vergesse die ganze Zeit diesen Scheiß diesen oh diesen Scheiß Schattenmord reinzumachen kommst du ja nicht rein ach Mist ha 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 ausgeschwerte hier ey das meint ey you can only sleep at night was ist das für ein Scheiß ey geht da rein ah geht doch schon mal das Schwert vorsichtshalber wollen wir nicht so dann gehen wir mal ich würde sagen diese Folge machen wir hier gehen wir und bauen uns ein schönes Baumhaus wir sammeln erstmal Holz würde ich sagen für das Baumhaus ich mache mir erstmal ne Axt das wäre sinnvoll ich glaube ich mach mal die Musik ein bisschen lauter die ist so leise wir haben keine Kohle mehr das war ja ach ja und ihr hört ihr ein Lied aus Oblivion also alles was aus Elder Scrolls ist halt das Lied finde ich so geil das kommt eigentlich bei jedem Oblivion also bei jedem Elder Scrolls bei Morrowind bei Oblivion gehen wir hoch und holen wir ein Dschungelholz das passt am besten in die Umgebung ich mach nochmal kurz ne Rejoin weil ich wieder Chunkload Fails habe oh da ist noch 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 Zuckerrohr zum Glück nimmst du ja nicht auf dann sehen naja die können eh nicht joinen hab eh ne Whitelist drauf und nur zwei Spiele eingestellt außerdem naja jetzt ist die Musik ein bisschen zu laut bei meinem Ohr außerdem haben wir eh Hamachi ja ich werd vielleicht noch nen Publix Server machen Geräusche mache ich auf 25 Prozent Boah hier sieht's richtig geil aus wo ich bin einfach so hochgeklettert ich sammle einfach mal Holz hier Chunkload Fails for the win was ist ja los ja das ist aus Skyrim das Lied hier ich hab hier fast alles aus Elder Scrolls meine Chunkloads fällen hier mal wieder Prozent Prozent Joint Left Joint Left Joint Left sind das der PX ne Pilz ach so da sind Pilze ich dachte dass er es hätte gegen die Städte das sind seit links also bei mir ist irgendwie Abbau Animations Fail wir müssen eh gleich Aufnahmepause wieder machen ja bei mir ich kann Blöcke abbauen aber sie verschwinden ähm dann leckt dein PC das ein Leck kein Chunkload fail oder wir sind wieder in der Nähe des Spawns dass du da nicht abbauen kannst ne ich kann ja abbauen jetzt hier unten geht es aber wo ach so ja das war bei mir auch mal das sind einfach nur verkackte Lecks tut mir leid wenn ich das sage aber das ist so ist so ah ja und nächste Folge werde ich das Texture Pack ändern dann werdet ihr immer das andere sehen da hab ich auch schon einen passenden Skin rausgesucht voll krass voll krass alter so jetzt komm ich dem Dschungel langsam näher aber nur langsam ach du scheiße ich hab schon 64 Holz oh Leck da war schon wieder der Mega Leck wie ihr gesehen habt noch mehr Zuckerrohr und meine Kirschenuhr klingelt ja dann wir haben jetzt Punkt 8 Uhr ja wir beenden auch die Folge nein eine Minute noch eine Minute noch ja die eine Minute die müssen wir noch machen mindestens wir wollen da 10 Minuten hinbekommen naja die ersten Parts sind ein bisschen fail geworden das sind so 7 Minuten Parts und so da hab ich nicht drauf geachtet da werde ich mich mal hoch zum Baum hinab bewegen bist du da im Dschungel drin irgendwo verlaufen oh Gott Alter ich bin gerade am Rand des Dschungels ich hab ein Dingsbumsen Kuh hier gesehen Mö Mö ich kann auch muhen guck hier Mö da sind Kühe geh mal zu den Kühen hin vielleicht siehst du meinen Namen ich geh mal auf den Baum hoch ja ich seh dich ich seh dich ich komm auf den Baum hoch wenn man da hoch kommt ganz die haben wir jetzt erneut ins Äste und so Scheiße komm schon ich komm da hoch auf den Baumstamm Glitchfailer versuch mich mal zu schlagen wenn du hoch bist lol ey was war das hallo was ist da los Moment mal danke was geht ab das wird das Abbau fehlt so richtig Moment warte ich mach was gehst du auf der anderen Seite jetzt hoch ach da ähm und dran springen bei mir wird das nicht abgebaut also jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's jetzt geht's ich muss da was hinsetzen jetzt jetzt verschwinden so so ich bin ganz oben auf dem baum ich wollte das dschungelholz hier ab erst mal genau sammelt und du mal die zwei ab ich war die zwei ab nein die baue ich hab ach egal bau du die zwei ab ich bau die zwei ja stimmt wir sind schon über naja leute wir sehen uns im nächsten part bis dann